Sie sehen das ausgewählte Kältemittel, die kältemittelspezifischen Verdampfungs- und Kondensationstemperaturen sowie die aktuell gemessenen Hoch- und Niederdrücke. Über Betätigen der Pfeiltaste sehen Sie die real gemessenen Temperaturen der Temperaturfühler, die automatisch berechnete Überhitzung bzw. Unterkühlung sowie die Temperaturdifferenz zwischen den beiden angeschlossenen Temperaturfühler. Über Neutes bestätigen kommen Sie wieder zurück in die normale Messansicht.